Am dritten Spieltag der Premier League empfängte FC Liverpool Breiton. In der vergangenen Saison spielte Breiton. Eine zentrale Rolle nahm dabei der Ex-Ingolstädter Pascal Groß ein, der an mehr als 40% aller geschossenen Tore beteiligt war. FC Liverpool gegen Breiton. Austragungsort der Partie wird das empfiehlt sein, die Heimspielstätte des FC Liverpools. Bis zu 54.074 Zuschauer können am Samstag, den 25. August im traditionsreichen Stadion dabei sein, wenn um 16 Uhr deutscher Zeit das Spiel angepfiffen wird. Die Rechte der Premier League liegen in dieser Saison exklusiv bei DAZN. Der Streaming-Dienst zeigt die wichtigsten Begegnungen der höchsten englischen Spielklasse, so also auch das Spiel am Samstag. Neben der Premier League hat das Netflix des Sports auch alle Spiele aus der Serie A, der Liga einer und der Primär-Division. Neukunden können dabei den kostenlosen Probe-Monat testen. Anschließend kostet DAZN 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Auch wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, das Spiel zu schauen, könnt ihr mit unserem Live-DK trotzdem auf dem Laufenden bleiben. FC Liverpool vs. Breiten Die Ausgangslage vor dem Spiel der FC Liverpool ist optimal in die Saison gestartet. Nach dem deutlichen 4-0-Sieg zum Auftakt gegen West Ham gewannen die Reds auch am zweiten Spieltag gegen Crystal Palace. James Milner und Sadio Mane erzielten die Tore beim 2-0-Erfolg. Auch bei Breiten ist das Selbstvertrauen groß. Zwar verloren die Seagulls am ersten Spieltag mit 0 zu 2 bei Watford, zeigten dafür aber eine Woche später eine starke Reaktion, als Manchester United mit 3 zu 2 geschlagen wurde. FC Liverpool Werbung 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 Werbung